Musik Musikpädagogik ist ein spannendes Feld. Wie kann man Lernen, Üben und Lehren besser gestalten? Das hat sehr viel mit Selbstreflexion zu tun und eben auch mit der Chance, dass es weitergeht, auch mit dem Musikbetrieb. Musik ist eine Form der Intelligenz, die wir besetzen. Musik Ein Studium, das man gestalten kann, wo man wirklich seine Fähigkeiten entwickeln kann. Musik Mit künstlerischen Ausbildungsfeldern sind, authentische Erfahrungen machen können und auf dieser Basis dann eigenverantwortlich, eigenständig und kreativ Unterrichtsformen entwickeln und begleiten können. Musik 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 Musik